Hallo ihr Lieben, heute begrüße ich euch von einem anderen Wasserschloss, Schloss Nordkirchen, im Ort oder am Ort Nordkirchen im Münsterland. Gehört natürlich auch zur 100-Schlössertour im Münsterland. Ach, so könnt ihr es besser sehen, wenn ich es noch ein bisschen höher halte. Das ist hier im Münsterland das größte Wasserschloss. Die Kräfte, die verlaufen außerhalb des oder jenseits des barocken Gartens, könnt ihr das so sehen. Ich schicke noch ein paar Fotos hinterher. Ja, und hier wurden schon viele bekannte Filme gedreht. Das ist also westfälischer Barock aus dem 18. Jahrhundert und ja und an den Filmen unter anderem der jüngste, ich glaube jüngste Diana-Film, der wurde hier gedreht, da war ich ganz überrascht, denn in England gibt es ja nun auch sehr viele sehr schöne Schlösser, aber sie haben sich für Nordkirchen entschieden. Ja, wir haben aber schon andere Filme auch gespielt. Na gut, ich gehe jetzt einmal rum und wünsche euch eine ganz schöne Woche. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.